Hallo und herzlich willkommen zu Ich habe einen kleinen Info-Video für die nächsten Zeit, also für den Dezember besser gesagt. Ihr seht gerade mein Profilbild auf YouTube, einmal links, eben halt 942, dann einmal Mickey Mouse, weil ich Mickey Mouse einfach liebe, dann haben wir eben halt Ark, den Dolo, dann eben halt Ghost in Whitelands, wie wir den Helikopter gelandet haben, dann eben halt, nicht meine bessere Runde, aber meine bessere Runde im Rang, ähm, äh, mit 15 Kills eben halt auch Folgenkratzer habe ich ja, wie gesagt, aufgenommen. Dann nochmal Battlefield 1, dann nochmal, haben wir, oh, äh, links, haben wir einmal Assassin's Creed, also, das dritte Bild, in der dritten, die dritte, die erste Spite, Zeile 3, das Bild, da wo die zwei Leute kämpfen, ähm, dann haben wir eben halt noch Watch Sharks 2, wo ich einmal unter der Map geglitscht bin, ich weiß nicht, bin in ein Boot angestiegen und war unter der Map, also im Wasser, du kannst ja nicht tauern, und dann eben halt rechts, äh, mein Lieblingstier und meine Lieblingsfarbe, also ein Fuchs eben halt und dann, äh, ein Feuerfarbe und ein Mädchen eben halt und, äh, weihnachtlich gestaltet finde ich eben halt, äh, im Moment passend und, äh, bei Weihnachten, äh, es ist ja bald Weihnachten, ähm, ich, wie gesagt, ich liebe eigentlich Weihnachten, weil die Zeit so, wo du isst, wo, wo du eben halt so, die Wärme, du spielst eben halt die Wärme jetzt von den anderen, wie sie dich lieben oder, ähm, wie gesagt, die Wärme der Heizung und freut man sich eben halt auf die Geschenke und so, ähm, ist ihm halt egal, aber, da, äh, das wollte ich eigentlich nur so als Hintergrund nehmen, weil, ich finde so, was soll man jetzt so, das passt irgendwie zum Hintergrund, also, für Infovideo, weil es ja bald Weihnachten ist und deswegen, aber jetzt nicht lange drüber geredet, ähm, drum geredet man nicht, sorry, wollen wir eigentlich über das Wesentliche sprechen, demnächst kommen, ein paar neue Let's Plays, ich hab geplant einmal Trials Fusion, also auf Uplay, dann hab ich eben halt geplant, Plan und Battlegrounds, wie gesagt, weil, also, die Spiele, die hab ich jetzt schon lange gekauft, ähm, Trials Fusion, auf Uplay, kennt glaube ich fast jeder mit dem Motor, dann, äh, PUBG, da brauche ich ja nicht viel mehr zu erklären, da, wird Dino erst mal dabei sein, die ersten, drei, vier Folgen, glaube ich, woanders, ähm, dann, was hab ich denn noch geplant, ach so, ja, und, äh, Face Game Let's Plays, hab ich geplant, zu machen, ich hoffe, ich finde eben halt beim nächsten, eine gute, ähm, Face Game, oder ansonsten wäre geil, wenn ich mir eine, den Link schick, ähm, ja, dann wollte ich eben halt, wie gesagt, noch, oh, ist mir eben eingefahren, Battlefield 1 wieder anfangen zu spielen, weil bald ist immer das neue DT da, im Dezember ist es eben halt soweit, das Geile ist eben halt, es ist da und so da, weißt du, und Ramo 6 Siege kommt ja auch ein neues DT, wie gesagt, Testserver können wir noch spielen, werden wir auch noch spielen, also, ich hab morgen, also wenn, wenn ihr dieses Video seht, nehm ich es am 28.11. raus, ihr bekommt das eben halt, ähm, ihr bekommt das am 1. Dezember, also wenn, also, ihr seht das jetzt heute am 1. Dezember, am 1. Tag, im Dezember, und, ähm, ja, äh, da wird dann, also, Rainbow Six Siege kommt, das White Nose DLC wird, werden wir anzocken, wie gesagt, ich kenne es schon ein bisschen, aber wir werden es wirklich im Let's Play anzocken, im Locker und im Rang, versuchen wir, ähm, wir werden, also ganz schnell erklärt, Rainbow Six Siege, White Nose, Battlefield 1, Trials Fusion, und noch zum Schluss, Player Nones Battlegrounds, werden wir Let's Playen, und vielleicht werden wir auch ein bisschen mit Mickey Mouse so, ne, weißt du, so, äh, Titanfall 2 wollte ich auch demnächst, wenn ich Zeit habe, mal wieder anzocken, denn, äh, ich glaube, da gibt es neue Sachen oder so, aber ich wollte so oder so mal wieder bei Titanfall reingucken, weil, ich kann, ich kann, kann doch einfach nicht mein Lieblings-Game, also, worauf ich mich schon immer gefreut habe, einfach so fliegen lassen, und, äh, ja, in Rainbow Six Siege läuft gerade echt gut, also, kann ich mich nicht beschweren, wir haben, Staffel 6 ist eben halt perfekt aufgenommen worden, ich hab mich da drum gekümmelt, Staffel 5 tut mir immer noch sehr, sehr leid, ähm, dass man die im Hintergrund nicht hört, und mich irgendwie viel zu laut, aber in Staffel 6 ist eben halt geklärt, und, äh, Staffel, hab ich, ich weiß nicht, ist, ich wollte eigentlich, doch, Staffel 7 hab ich auch im Kasten, darauf könnt ihr euch auch schon nächstes Jahr schon freuen, und Weiner, äh, das Weihnachtsspecial, das kommt, ja, am 23. kommt noch mal vorher, ein besonderes Special, also, ein Livestream kommt am 23. wo wir eben halt wissen, über, weiß nicht, so Weihnachten reden, und so, und Pipapo, ne, und am 24. gibt es dann eben halt ein Weihnachtsspecial von mir, persönlich, ähm, mit eben halt allen anderen, also, die kommen eben halt, also so, ich glaub, Ventoso ist am Weihnachtsspecial dabei, Dino ist am Weihnachtsspecial dabei, ähm, Ghost hoffe ich ist auch dabei, ich glaub es, ich weiß es nicht, ähm, ja, ich glaub das, ich glaub das, war's, ja, das war's eigentlich, ähm, also, Ventoso ist dabei, Dino ist dabei, Ghost ist dabei, ich bin dabei, das ist am 24. hoffen wir, dass, ich denk mal schon, dass wir es hinbekommen, alle an einem Tag zu kommen, ähm, und dann eben halt drei Runden aufzunehmen, ich, äh, habt mir schon Sachen über, ich hab mir schon Sachen überlegt, wir werden ein kleines, kleines Winter-Special machen, also, hier eben hat es überlegt, dass ihr vielleicht, also ihr kriegt an dem Tag mehrere Specials, die mit verschiedenen Spielen gestückt sind, und eben halt auch, ähm, ersten Advent, also ihr werdet jeden Tag im Dezember, wie gesagt, das hier ist, also, ich hab so einen kleinen Adventskalender, wollte ich mir, hab ich für euch erstellt, ähm, am ersten Tag, kriegt ihr eben halt, also wenn ihr dieses Video seht, ist das euer erstes Adventsgeschenk, und, äh, also, der erste Advent, äh, was labe ich da eigentlich, der erste Monat, äh, der erste Tag im Dezember, öffnet ihr das, seht die Info, was ich als Adventskalender meine, es kommt jeden Tag eine neue Überraschung, es kann, es kann alles kommen, es kann ein Gewinnspiel kommen, ähm, äh, ja, es kann ein Gewinnspiel kommen, es kann ein neues Spiel kommen, es kann ein Eizes Spiel kommen, es kann Livestream kommen, es kann alles passieren, weißt du, und, ähm, es kann ein Secret-Folge kommen, es kann sogar drei Stunden Folge sein, oder, ich weiß es nicht, also, ich will immer nicht zu viel verraten, aber, es kann wirklich alles kommen, was ihr denkt, also, alle Spiele, die jetzt hier aufgezeichnet sind, kommen hundertprozentig dran, also, ihr werdet einmal Tidefall 2 sehen, ihr werdet einmal, Arx sehen, ihr werdet einmal Benefit 1 sehen, einmal Rainbow Six Siege, einmal Ghostwagon Whitelands, einmal Assassin's Creed, und einmal Watch Dogs, und das Große mit der, mit dem Mädchen, mit dem Flammenhahn, und mit dem Flammenfuchs, sind, die restlichen Überraschungen, ihr habt, 1, 2, 2, 4, 4, 7 Tage schon, hier wisst, aber, was in dem Spiel passiert, bestimmt nicht, es kann alles kommen, und die anderen, ist eine Überraschung, man weiß nie, deswegen, lasst euch Überraschungen, und an Silvester gibt es, wie gesagt, noch einen super duper, geilen Rückblick, eben halt, ich versuche, ja, so einen Rückblick, an 2017 zu machen, und, ja, dann sehen wir uns eben halt, in nächst, sehen wir uns morgen, am 2. Dezember, wo ich Geburtstag habe, wo, wo ihr, eben halt was bekommt, was, wenn ihr den Livestream gesehen habt, der vor 5, oder der letzte Woche, den ich letzte Woche gestreamt habe, dann, denke ich mal, wisst ihr, was am 2. Dezember kommt, aber ansonsten, habe ich da Geburtstag, und, ciao, ciao, haut rein, schönen Abend noch, und, schönen 1. Dezember, bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,